Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne einen Daumen nach oben auf YouTube da oder eine Bewertung bei iTunes, aber allen voran eure Meinung zur kommenden UFC Fight Night, denn über diese sprechen wir heute. Samstag ist es wieder soweit, wir haben wieder mal im Main Event zwei Heavyweights und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Kampf, den wir da sehen werden. Denn im Main Event, damit fange ich auch gleich an, haben wir einmal Jacindio Rosenstruik vs. Cyril Gahn und das ist ein sehr spannender Kampf, denn Rosenstruik steht, Achtung, Achtung und Überraschung, auf Platz 3 im UFC Heavyweight, wobei man dazu sagen muss, erst Dienstag am Abend werden die Rankings aktualisiert und da stellt sich natürlich die Frage, okay, Derrick Lewis hat jetzt gegen Curtis Blades gewonnen, Curtis Blades war auf der 2, inwiefern rutscht vielleicht Rosenstruik jetzt runter, weil Derrick Lewis nach oben kommt und Curtis Blades runterrutscht und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass Dienstagabend da noch was dran aktualisiert worden ist. Jetzt ist er auf jeden Fall noch aktuell auf Platz 3 im UFC Heavyweight und Cyril Gahn, das ist ein Newcomer, den muss man auf dem Schirm haben. Beide haben zuletzt gegen Junior Dos Santos gewonnen und Cyril Gahn, der aktuell auf Platz 7 im Schwergewicht steht, will damit natürlich sein Ticket in die Top 5 einlösen. Cyril Gahn ist in meinen Augen doch ein Kämpfer, den man beobachten sollte. Ich denke, Cyril Gahn, ja, ich denke, man möchte hier vermutlich sogar, dass Gahn gewinnt, denn ja, Rosenstruik steht 11 zu 1. Rosenstruik hat nur eine Niederlage und die hat er gegen Francis Ngannou kassiert und wer Francis Ngannou kennt, weiß, der Typ fegt jeden weg, der Typ knockt jeden aus, außer Stipe und außer Derrick Lewis. Aber er hat 11 Mal gewonnen, auch gegen ein Overeem, gegen ein eben Junior Dos Santos, aber auch dieser Overeem-Fight war halt so eine Sache. Rosenstruik hat 5 Runden verloren und hat 3 Sekunden vor Schluss Overeem ausgenockt. Und natürlich kann man jetzt sagen, es kommt aber nur darauf an, was auf dem Papier steht, aber da denkt die UFC ein bisschen anders, ne? Ich erinnere euch gerne dran, Joel Romero hat gegen Paulo Costa verloren, Romero hat den Titelfight bekommen. Jose Aldo hat gegen Valo Morales verloren, Jose Aldo hat den Titelfight bekommen. Und warum? Eben weil die UFC eben der Ansicht war, Romero hätte gewonnen, Aldo hätte gewonnen und das waren Fehlentscheidungen und und und, wobei Paulo Costa, meine ich, auch verletzt war oder sogar gesperrt, da gab es ja mal diese Geschichte. Aber Rosenstruik hat theoretisch gegen Overeem verloren, praktisch aber gewonnen, weil er eben eben ausgenockt hat. Cyril Gahn auf der anderen Seite, der fegt auch über seine Gegnern weg, aber der performt auch wirklich sehr, sehr schön. Ich denke, wir haben hier einen Fighter, der in Zukunft auf jeden Fall in die Top 3 vom UFC Heavyweight gehört, der noch relativ frisch in der UFC ist, der sehr, sehr heiß und hungrig ist und dementsprechend denke ich mir auch, dass Cyril Gahn diesen Fight gewinnen kann und auch gewinnen wird. Das Co-Man Event ist, ja, durchwachsen. Wir haben Nikita Krylov gegen Margomet Ankalaev. Ich freue mich, hier Ankalaev wiederzusehen. Ein guter Fighter im Light Heavyweight, genauso wie Nikita Krylov. Ich denke, für beide wird es nicht reichen in Richtung Titelshot oder Titelfight, aber beide sind wirklich solide Gegner. Auf welchen Fight ich mich auf jeden Fall freue, ist Pedro Munoz gegen Jimmy Rivera, den Fighter, den wir letztens sehen sollen. Ich meine, bei Usman gegen Burns stand er auf der Maincard, wurde dann leider abgesagt. Dafür sehen wir ihn aber jetzt und das wird ein geiler Fight. Rivera hat es wahnsinnig stark abgeliefert in Vergangenheit, in jüngster Vergangenheit leider nicht. Pedro Munoz, den kann man sich immer reinziehen. Alexander Hernandez gegen Thiago Moises steht ebenfalls in den Prelims. Alexander Hernandez ist auch ein richtig guter Fighter und ja, alles in allem würde ich sagen, ist es eine Fight Night, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Natürlich, vor allem das Main Event, wegen dem Fragezeichen, was darüber schwebt und zwar die aktuelle Konstellation. Lewis hat jetzt gegen Curtis Blades gewonnen. Lewis will aber gar nichts von einem Richtung Titelfight wissen. Lewis will gegen Overham kämpfen. Was wird aus Volkov? Und wie lange wird der Titel im Heavyweight aufgehalten? Wir wissen, Ende März kämpft Stipe gegen Enganu. Wir wissen ebenfalls, Jon Jones bekommt den Sieger von Stipe gegen Enganu. Wann kämpft Jones gegen den Sieger von Stipe Enganu? Kommt natürlich darauf an, wie der Kampf verläuft. Wenn sich der Champion dann verletzt oder sowas, dann zögert sich das. Dann zieht sich das wahnsinnig lang hinaus. Hoffentlich gibt es dieses Jahr mehr als einen Titelfight im Heavyweight. Das war seit 2018 ja leider der Fall, dass wir nur einen Titelfight jeweils gesehen haben. Außer 2018. Da gab es Anfang 2018 den Fight gegen Francis Enganu und dann eben gegen Kormi. Aber 2019 einen Titelfight, 2020 einen. Dieses Jahr hoffentlich öfter, auch wenn ich die Befürchtung habe, dass das Heavyweight immer noch aufgehalten wird. Trotz dieser spannenden Konstellation. Cyril Garn ist für mich definitiv ein zukünftiger Titelcontender. Dann haben wir einen Alexander Volkov, der richtig schön performt hat. Dann haben wir einen Derek Lewis, der eben erst gewonnen hat. Das heißt, Heavyweight ist spannend. Bleibt spannend. Spannend abzuwarten, wie das Ganze aussehen wird. Ich danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß am Wochenende. Link für einen Gratis-Monat bei der Saison gibt es bei WeLoveMMA in der Instagram-Story. Also lasst uns gerne unter AtWeLoveMMA ein Follow da. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.